Willkommen bei Braingames, dem Gaming-Programm bei Braincontent. Mein Name ist Olli und ich zeige euch heute in der ersten Folge das Spiel Cube in einer Classic-Review. Was zum Fick ist das denn? Ja, es ist nicht gerade das neueste Spiel, das Originalspiel von Wouter Art Apple von Ortamisen wurde ursprünglich 2001 veröffentlicht. Seit 2001 wurde dann das Spiel von der Community weiterentwickelt, was dann der Ursprung für den Nachfolger war. Man geht aber davon aus, dass 2005 die endgültige Version von Teil 1 von Cube fertig war. Ich möchte in dieser Folge dann nur auf den ersten Teil des Zweiteilers eingehen. Bei Cube handelt es sich um einen First-Person-Ego-Shooter im Sandbox-Game mit allein gegen alle Schlachten. Man spawnt, ohne Hut oder irgendetwas, um dir die Map zu zeigen, auf einer Map mit einer begrenzten Anzahl von Monstern, die nicht, also keinen unendlichen Spawn haben. Man spawnt jeweils mit einer Shotgun bzw. einer Pistole und geringer Munition. Auf dem Map selbst findet man dann noch Raketenwerfer, Scharfschützen, Wehre und MPs, die seltsamerweise alle den gleichen Rückschluss haben. Und falls die Munition aber wieder aus ist, dann geht es einfach nur mit Faust. Bei manchen Gegnern ist das aber dann keine gute Idee. Gegner kommen von kleinen Robotern bis zu riesigen Sataniern auf den Maps vor. Die Gegner besitzen von MPs Einzelschuss bis Saketenwerfer genau die gleichen Waffen wie der Spieler selbst, bis auf ein paar Lasers und Kugeln, die aus dem Bauch heraus geschossen werden. Die NPCs funktionieren einigermaßen gut, haben aber irgendwo tief in ihrer Programmierung einen kleinen Schönheitsfehler. Ich kann es nun so ausdrücken. Der ursprüngliche Befehl war wahrscheinlich, wenn Figur X auf B schießt, schieße auf Figur X. So kann es mal dazu kommen, dass sich zwei NPCs gegenseitig bis auf den Tod bekämpfen. Interessant ist auch, dass es NPCs gibt, die gar keinen Schaden am eigenen Charakter hinterlassen, bzw. gibt es auch die Scharfschützen, die dich gar nicht erst angreifen, bevor du sie angreifst. Fällt aber kaum auf, weil schon genug Monster auf dich eindreschen. Das Gameplay an sich ist kaum der Rede wert, alles abknallen, Frags zählen und zum Schluss eine Art Run-Liste, was für mich eigentlich total belanglos war, für mich war einfach nur geil dieses Allein gegen Alle. Kommen wir zu den Maps und schließe ich der Grafik. Es gibt einige Maps, die sich auf ihre Art unterscheiden. Einige spielen in Burgen- und Pyramiden-Komplexen, andere in Zukunftsbunkern und Phantasienwelten. Es gibt dynamische Maps, wo sich Tore öffnen und die Arenen vergrößern oder auf verschiedenen Ebenen zu kämpfen. Es sind unglaublich viele Objekte, Details und Dekorationen auf den Maps platziert, die Gott sei Dank fehlender Frostbite-2-Engine jedem Beschuss standhalten. Manche würden sich jetzt fragen, wieso ich Bilder an Wänden und Sackkarren auf Maps lobe. Die Antwort ist ganz einfach, weil es für die damaligen Verhältnisse eine Liebe fürs Detail darstellte. Ich selbst habe Doom und Quake, wie ja in die gleiche Kerbe schlagen, gezockt. Und für mich war dort auch schon mehr Liebe im Detail als in so manchen anderen Ego-Shootern. Beispiel Red Eclipse. Ich muss sie nicht kennen, aber wenn ihr das Spiel mal zockt, das ist... Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Für die damaligen Verhältnisse zeigt das Engagement für Spiel. Und deshalb lobe ich es hier schließlich, denn für Qtube, Doom und Co. kam ja nie ein kostenpflichtiges DLC, um irgendwelche Grafik oder sonst welche Updates zu machen. Hehehehe. So, Grafik. Will ich ehrlich gesagt nicht bewerten, nur ein paar Sachen hervorheben, die ich mag. Eins davon sind manche Lichteffekte in dunklen Kammern. Manche Objekte finde ich ziemlich gut, von den NPCs abgesehen, bis auf den kleinen Grafik-Programmiere-Logik-Fehler. Zack, da stirbt ein flirten Helm, aber er trägt ihn noch auf den Kopf. Mysteriös. Ich bin mir sicher, heutige Gamer würden Qtube downloaden, testen und nach einiger Zeit auf dem Desktop verstauben lassen. Denn das Zocken, das Gameplay an sich macht Spaß, bietet aber kaum Feedback auf die absolvierten Levels. Nur eine Rangliste und das ist nicht gerade motivierend. Gut finde ich, dass es noch verschiedene, schwere Schwierigkeitsgrade gibt, sonst wiederholt sich jedes Level einfach mit dem Spawn, alles killen, Ebel umlegen oder Knopf drücken und weiter. Gamer, die nostalgisch sind oder Fans der alten Teile von Doom & Quake können ohne Probleme genießen. Alle anderen können es auch probieren, aber ich prophezeie, dass man schnell die Lust verliert. Es ist ein gutes Spiel, ohne Frage, aber den heutigen Community entwachsen. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. In der Beschreibung ist ein kostenloser Download-Link, wo ihr euch das Spiel holen könnt. Mein Name ist Olli, danke fürs Zuschauen, das war Braingames, tschüss. Bis zum nächsten Mal.